so noch mal willkommen zurück zu life is strange und wir gucken uns kurz mal die entscheidung an die wir so getätigt haben und die andere leute getätigt haben so ja wir haben entschieden chloe bitte abzulehnen da sind wir nur mit 48 prozent zusammen also die mehrheit hat das akzeptiert ja aber achten und wir haben wieder die minderheit ja weil 48 prozent haben warren nathan kaputt schlagen lassen 52 prozent haben gestoppt 63 prozent da wurde keiner verletzt bei dieser konversation mit frank das schon mal sehr gut für uns 25 prozent haben uns nicht geglaubt mit der warnung das sind wir auch klar in der minderheit 68 prozent haben wir das geglaubt das schon krass muss man nicht sagen ich habe jetzt noch mal der trailer zu fünf na so vor der zur letzten episode die 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 ja liebe leute das sollte noch gewesen sein endgültig mit life is strange ich wünsche euch dann noch einen schönen tag bis ein haut rein und tschüss